Ich will wirklich wieder von vorn anfangen. Aber Sie müssen mir vertrauen. Nenn uns einen Grund, warum wir das tun sollen. Weil nur ich die Welt retten kann. Ich höre gar nicht, dass London angegriffen wird. Das ist eine Waffe? Und die kommt aus Deutschland? Sie waren im Eis der Arktis eingefroren. Sobald deine Monster losgelassen sind, fuck, sind wir alle am Arsch. Und man kann sie noch nicht mal sehen. Und was, wenn Sie uns angreifen? Ich bin der beste Air-Marsche zwischen Paris und Union. Kein fliegender Fisch steht zwischen mir und meinen Passagieren. Den Himmel unter Kriegsrecht zu stellen, das ist die einzige Möglichkeit. Wir müssen uns sofort aufkühlen. Schlappt ihr euch kurz! Reicht sie in den Arsch auf! Ja, das ist es, was ich sehen wollte! Zeit, zurückzuschauen. Wie fliegende Fisch! Ja, auf der Reihe! Wie fliegende Fisch! Wie fliegende Fisch!